was geht leute mein name ist manuel und heute zocken wir mit ich habe auch noch letzten wochenende ein video gemacht aber das habe ich noch nie hochgeladen und noch nicht geschnitten und noch nicht gemacht und noch nicht geschnitten und noch nicht geschnitten äh das nicht wir haben einfach in mein video 66 aufrufe gehabt also das ist schon mal nice leute danke also auch mein zweites video mein ich jetzt mich noch mal nur kommt den Sport und bis Mitte phi-silkete mehr haffin k viele übliche geöffnet die die zu bettet die Lehren die 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 er alles und ich bin größer trübliche und ich bin auch kein deutscher kannst du auch mal machen oder 10 jahre später Leute habt ihr eigentlich Bock auf den Parcours Leute dieses Wochenende kommt auf jeden Fall noch ein Video weil ich hab Bock sonst wird es für mich ein bisschen langweilig hier er weiß ja ob das die Map ist aber macht sie ich bin doch der König guck ich hab selbst ein Handy nicht so wie du Junge und Kaukommi hab ich auch was warum machst du lieber du Idiot er sagt geplant ja dann müssen wir die auch spielen wenn die geplant ist kann ich hier schon mal Jump'n'Run machen hier kurzer Jump'n'Run in äh Kreativzentrum easy in easy Version der arme Tim Esschen er kriegt in seinen Videos äh 10 Aufrufe oder so er schneidet sie ja nicht mehr macht er nur Livestreams er hat noch nicht mal ein Video gemacht nur Livestreams ja man, 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 ich hab's geschafft, Alter, das Lade ja, geschafft, ja, endlich, äh kannst du Fortnite neid man, du musst ehrlich sein, ne die kann man nicht spitzert, leuchtet richtig warum nimmst du die hastige ich hab die sich hier genommen habe ich heute bekommen ich mach geile Geräusche was hast du gesagt als den hast du eigentlich eingestellt, äh hier dieses, äh äh hier, diese Modus für Farbenblinde, hast du das eingestellt ne, ne, aber ich hab' das vorgegeben und hat das was gebracht aber ich hab' das Gefühl, viele benutzen das aber ich weiß nicht, ob das stimmt liegt Müll irgendwie gerade Digga, hier ist Eis als ob ich das nicht seh' ich hab' kein Eis ja, ich hab' kein Eis was ach, du Scheiße, was geht da und für ne Party ab wieder what the fuck, was geht ab, Junge, ist das ein Minigang, oder was ja, danke, äh, für deine Hilfe dass du mir kein Eis gegeben hast, hier ist ein Fall ooooh 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 Oooo ooooh 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 oaa oooo oho EEL O O O O O Das mussться sein O O o o o o o o war es das doch möglich es ist ja man kommst du nein Mist ey kannst du mal nicht nerven Junge also sagt man hier letzten ist hier nicht erlaubt in unser Land ey dieses Scheiß Ding da da kann man doch nicht rüber ich kann gar nicht lenken oh kannst du mal nicht vor mir schnell du Idiot ja danke hat mir jetzt so viel gebracht eeeh magro pessoal uuuuh 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 WTF was passiert hier was ist das für ne Scheiße uuuuh 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 u Uuuuh uuuuh Das ist so crazy! Alter! Was? Was? Hast du geschafft? Nein! Bist du noch nie in deinem Map? Natürlich! Das denkst du, Junge! Denk doch nicht! Ich denke... Ja, ich wollte die Pfande auslösen! Was? Wie viel Pech kann man denn haben? Du hast mich die ganze Zeit abgefuckt! Mit deiner Scheiße da! Weil du dann die ganze Zeit rumstandest, du Opa! Ich lache dich! Oh! Was haben die Russen und so? Nein! Nein! Bitteschön! Ford-Night Alter! 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 ich bin ältiger diese scheiße mehr auf die sich ich schaff das jetzt Geh mal weg, Jogge. Danke. Ich bin eh mal in die Plane reingelaufen. Ich muss ein Plan. Oh. Nein. Warum bin ich gesprungen? Ich sehe so witz. Man kann zu einem mal hinter mir stehen. Nein. Diese Kack-Ding da muss gelöscht werden. Kann ich das nicht abbauen irgendwie oder so? Hä, vielleicht geht das ja wegen... Wir haben ja ein Spiel starten oder nicht? Worte, ich bin ja fast durchgespr... Deine Ernst. Wui, nigger. Ja. Ha! Ja! Geschafft! Nein, 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 nein. Brrrr, hoch, geh hoch, geh hoch, geh hoch, geh hoch. Worte, gar nicht. Entdeckst du mich. Ey, er springt gar nicht ganz ehrlich. Ah. Ah. Ja, okay, geschafft. Danke, dass du mir geholfen hast. Ich hab keinen Hunger! Ja! Peter! Nein! Den Jump muss ich schaffen. Danke. Zum Glück war das Stoppschild da. Hä, was ist das denn für eine Scheißfalle? Hä? Wo geht's da lang, Junge? Ich war am Ende. Aber da waren das Stoppschild da. Ich wusste nicht, wo man langen musste. Wahrscheinlich unten. Unten, ne? Ja. Nein, nein. Okay, danke. Danke, ich weiß es sehr zu schätzen. Komm, komm, du schaffst das. Ey, dahinter die Falle, musst du einfach nur hinspringen. Äh, also nach vorne, wegen der Lösch hier nicht raus. Ja. Richtig. Aber da, aber da hab' auch ein Video drauf gemacht. Nein, nein. Was hab' ich gemacht? Was? Ich hab' ich geschafft. Na, bei dir, ja. Ja. Ah, hab' ich geschafft, bin mal. Tika, wer... Der geht, ich will schaffen. Ja! Endlich! Mein Schatz! ich bin bei er 13 oder was das ist hier steht 13 ich bin bei den nächsten levels alle sind so geheime feindiger das ist ja fast unmöglich naja für ihn eigentlich gerade nein die garmante wird schwer oder ist sie überhaupt das Ende nein 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 ich bin zu lang ich bin zu lang ich bin zu lang ich bin zu morgen schwein Mixi morgen komm hier durch komm 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 nein oh mein Gott vor mir war das nächste Level bist du beim nächsten Level komm 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 ich schaff das ich komme neeeeeine nein 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 ja warte ja nein oh mein Gott hier war unten chrink da warte uuuuuhh das regnet halt auch ja ich weiß aber irgendwie verkackt die ich schaffst du eh nicht ja sag ich doch aber das vielleicht Diga Mann jetzt bin ich zu lang kaum stirbt danke komm bitte er sagt einfach so easy nein 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 danke ey diese Scheiße ich war noch schon drunter was das für eine LMG Junge nein die Fahne ich krieg kein Schaden Junge Digga ey Östchen die vier Feiern die drei Feiern oder wie viel das waren habe einfach kein Schaden bekommen Junge aber als letztes natürlich bekomme ich Schaden ey so viel Pech kann man nicht haben das Wort hat gerade für diesen Moment gepasst komm 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 ich bin da auch durchgekommen eigentlich aber guck mal er glitscht sich da wie ob da eine Wand wäre also warum tippe ich mich Digger die Feiern werden von mir alle komm 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 Digga das sehen alle Leute im Video Digga was denkt man sich dabei ja danke ja danke all ist du was kein Neues Forderfunden ich komme ich komme ja du fixer du kannst du dich nicht verpissen ja weil du ein arschloch bist dumm so alt aber erst einmal ich habe mich wahrscheinlich gewonnen ja danke zum glück alter geschichte einfach im weg beim lila hat die fresse Ja, ich bin bei diesem richtig geilen Level jetzt. Da gibt's Kurven und Rassen sind richtig geil. Ja! Was? Was? Ey, mehr Pig kann man nicht haben. Kuhkacke ist das. Das ist Kuhkacke, das sag ich dir. Ja, drüber gesprungen. Nein, es muss sein. Nein, Mann, warum ist man denn so? Nein! Was ist das? Ey, komm doch. Hä? Ich fress gleich meinen Controller auf, ich schwöre. Aber Mann, ich bin ehrlich gesagt, ich mache das nicht. Was? Ich mache das gut. Ja, endlich! Ich mache das nicht, denn der wird aber super geil. vor Ort die Gäste Staus herr ein bisschen wie sie geraten das ist aber auch der Bundeslager wenn man einen anderen Was redest du da? Okay. Komm schon. Komm, ich schaff das, ich schaff das, ich schaff das, ich schaff das. Äh, ja, ich weiß nicht, was ich da rede. Komm schon. Das muss doch geknackt werden, das Level. Hier, das muss basiert werden. Aber eindeutig. Nein, na, was? Wie fliegt man? Warum fliegt man hier raus? Ja, okay, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da, schreibt einen Kommentar, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke. Und wir sehen uns vielleicht beim nächsten Video an diesem Wochenende. Ciao. 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 Ciao.